Ich begrüße euch, meine lieben Freunde, im Namen unserer lieben Jesus Christus. Ich begrüße euch, meine lieben Freunde, im Namen unserer lieben Jesus Christus. Ich würde euch gerne erzählen, was Gott bei mir in meinem Leben vollbracht hat. Ich würde euch gerne erzählen, was Gott bei mir in meinem Leben vollbracht hat. Aber als allererstes würde ich gerne aus der Bibelstelle, den Psalm 107 vorlesen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade wird ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die erlöst hat aus der Hand der Bedrängnis. Und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und vom Westen, von Norden und vom Meer. Und sie ehrten um Herrn der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Terpeli Golod und Żażdu, Dusha ich isttaivala w nich. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten. Und sie fanden sie auf den rechten Weg, sodass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Warum ich diese Bibelstelle ausgewählt habe? Weil wenn ich das lese, Потому что, wenn ich das lese, erinnere ich mich an mein Leben, ich вспоминаю meine Geschichte. Auch ich bin der Wüste herumgeirrt. Ich habe Durst gehabt. Und ich habe Durst getrunken. Und er rettete mich aus der Hand der Bedrängnis. Preise Herren dafür. Und ich möchte euch gerne über diese Gnade erzählen. Ich bin geboren in Kasachstan. Mit fünf Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat sich an Gott gewarnt, schon, wo ich ganz klein war. Und hat mich auch so erzogen. Und sie hat mir viel über Gott erzählt. Und hat mich oft in die Kirche mitgenommen. Und hat mich so mit dem Glauben schon früh in mein Herz gelegt. Mein Vater war damals in der Welt. Und hat mich nach der weltlichen Sicht auch richtig erzogen. Und er воспitывал меня по мирским стандартам. Natürlich hat mir mehr gefallet, als mein Vater mich erzogen hat. Und mir hat sehr die Welt geliebt. Und ich habe sehr die Welt geliebt. Und ich habe sehr die Welt geliebt. Und mich hat der Glanz dieser Welt gelockt. Und ich bin dem auch gefolgt. Und ich bin schon als erstes Mal in 15 Jahren ins Gefängnis gekommen. Und in 15 meines Letters bin ich erstmals mit Taten, Drogen und starken Medikamenten in Kontakt gekommen. Und so ging mein Leben. Und so ging meine Leben. Ich bin reingegangen, rausgegangen. Ich war wieder aus der Türme und wieder zurückgegangen. Und 2012 bin ich auf eine stationäre Therapie rausgekommen. Und in 2012 bin ich auf eine stationäre Therapie rausgekommen. Wurde aber schon nach drei Wochen disziplinarisch entlassen. Aber nach drei Wochen wurden mich aus dem Weg nach Hause gegangen. Auf dem Weg, wo ich nach Hause war, mit meinen Freunden, haben wir ein Auto geklaut. Wir haben ein Auto geklaut. Es ist ein Unfall geschehen. Und es war eine Avarie. Und ich wurde inhaftiert. Und ich habe nur noch auf den Haftrichter gewartet. Und ich habe nur noch auf den Haftrichter gewartet, dass sie mich am nächsten Tag in den Haft bringen, dass sie mich am nächsten Tag in den Haft bringen. Aber es ist klar, ich hatte keine Lust wieder in den Haft, weil ich erst vor kurzem rausgekommen bin. Und ich habe damals zu Gott gebetet. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn ich jetzt hier rauskomme, wenn sie mich jetzt hier rauslassen. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn ich jetzt hier rauskomme, wenn sie mich jetzt hier rauslassen. Dann fahre ich direkt nach Lahr. Und nach ein paar Stunden ist die Polizei gekommen. Und sie hat mich rausgelassen. Und sie hat mich hier rausgelassen. Doch ich habe mein Wort nicht gehalten und nach Hause gefahren. Und es war klar, nach ein paar Wochen bin ich wieder in die Haft gekommen. Und als ich in der Haft war, haben meine Eltern mich besucht. Meine Mutter hat mich angeschaut beim Besuch. Und meine Mutter hat mich angeschaut beim Besuch. Und hat zu mir gesagt. Und hat zu mir gesagt. Mein Sohn, nicht dafür habe ich dich auf die Welt gebracht. Söhn, mein Vater hat sich auch bekehrt, als ich in der Haft war. Und er sagte, ich verstehe euch nicht. Und er sagte, ihr tut erst hier leiden, auf der Welt. Und dann tut ihr sterben. Und ihr wisst nicht, wo ihr geht. Und ihr da ewig leiden. Und wenn ihr umrете, dann wirst du nicht wissen, wo ihr geht. Und dann wirst du murchtet. Doch mein Herz hat zu damaligen Zeitpunkt sehr verstockt. Aber in dem Moment war mein Herz ожесточert. Und ich habe zu denen gesagt, was habt ihr eigentlich für ein Leben? Und ich habe zu denen gesagt, was habt ihr eigentlich für ein Leben? Und ich habe wenigstens ein bisschen Spaß. Geh rein und geh wieder raus. Aber ich habe nichts anderes, als eure Arbeit. Aber ich habe nichts anderes, als eure Arbeit. Aber ich habe nichts anderes, als eure Arbeit. Eure Kirche. Vаша церковь. Ich komme nach Hause. Вы приходите домой. Nicht schlafen. Und du schlafen. Und die Allee fängt wieder neu an. Und so jeden Tag. Aber als ich wieder allein in der Zelle war. Aber als ich wieder allein in der Zelle war. Allein mit meinen Gedanken. Und dann dachte ich, wie lange soll mein Leben noch so weitergehen. Dann dachte ich, wie lange soll mein Leben noch so weitergehen. Dann dachte ich, wie lange soll mein Leben noch so weitergehen. Dann dachte ich, wie lange soll mein Leben noch so weitergehen. Als ich aus dem Fenster rausgeschaut habe. Und über die Mauer schauen konnte. Und посмотрел über den забор. Habe ich die fröhlichen Menschen gesehen. Ich habe gesehen, wie die Mädchen mit ihren Männern und ihren Kindern spazieren gegangen sind. Und wie fröhliche sie waren. Und dann dachte ich, warum kann ich das nicht haben. Und meine Freunde. Als ich die Bibel in der Haft gelesen habe. Und знаете, друзья. Wenn ich die Bibel in der Haft gelesen habe. Habe ich mal rausgelesen. Und ich habe mir herausgelesen. Dass dem Gerechten das Himmelreich gehört. Dass ich das nicht ganz gutte Dinge mache. Und ich habe mir gedacht. Wenn ich ein paar gute Dinge mache. Und ich habe mir gedacht. Wenn ich ein paar gute Dinge mache. Und ich mache ein paar добрые Dinge. Und dann ab und zu gerecht entscheide. Und das иногда повторяue. Und dann tut mir Gott alle schlechten Sachen zudecken. Тогда все meine плохие дела pokroet Бог. Aber es ist ein Unglück geschehen. Aber wenn es ein Übertretung gegen Gott und die Menschen ist, dann dachte ich, für mich gibt es keine Vergebung mehr. Ab da habe ich gelebt in der Furcht vor Gott. Und der Feind hat mich noch mehr geplagt. Jede Nacht, fast jede Nacht, als ich schlafen ging und eingeschlafen bin, in den Träumen bin ich fast immer gestorben. Aber kurz bevor ich gestorben bin ich immer aufgewacht. Und das war jede Nacht so. Jede Nacht, wo ich gewirkt. Und dann hatte ich schon Angst, einzuschlafen. Und als ich nicht mehr einschlafen konnte, habe ich irgendwelche Schatten schon im Realen gesehen. Die mich zu sich gerufen haben. Und ich wollte so ein Leben nicht führen. Und ich konnte so ein Leben auch nicht mehr lange führen. Und ich konnte so ein Leben auch nicht mehr lange führen. Und ein guter Freund, der alles gesehen hat. Und mein Freund, der alles gesehen hat, der hat gesehen, wie mein Leben sich verändert hat. Und er hat mir gesagt, und er hat mir gesagt, komm, wir schreiben meinen Brief in die Rehe nach Lahr. Давай, wir schreiben einen Brief in die Rehe nach Lahr. Der war hier eine kurze Zeit lang. Und er hat mir gesagt, dass das ist Dima, die tun mich auf keinen Fall rauslassen. Und ich habe ihm gesagt, Dima, они mich nicht aus der Türme 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 aus der Türme. Und in Deutschland gibt es noch Paragraphen, Paragraphen 35. Wenn du aufgrund eines Drohungsproblems in der Haft bist, wenn du aufgrund eines Drohungsproblems in der Haft bist, dann kannst du rauskommen, wenn du noch zwei Jahre vor der Entstrafe hast. Dann kannst du rauskommen, wenn du noch zwei Jahre vor der Entstrafe hast. Aber ich wurde nicht in meine staatliche Therapie rausgelassen. Но меня даже в мирскую Therapie nicht отпустили. Deswegen dachte ich, hier komme ich auf keinen Fall. Поэтому ich dachte, hier komme ich auf keinen Fall. Doch der hat mich überredet. Но er hat mich überredet. Wir haben uns hingesetzt, haben ihm einen Brief geschrieben. Wir sели und написали Pисьmo. Und haben ihn abgeschickt. Und wir haben ihn abgeschickt. Und damals habe ich zu Gott gebetet. Und dann habe ich zu Gott gesagt. Und ich habe ihm gesagt, Herr, ich möchte dir dienen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir nachfolgen. Aber du siehst, wo ich mich befinde. Aber du siehst, wo ich mich befinde. Und ich kann sich mein Leben einfach nicht ändern. Und ich kann sich mein Leben einfach nicht ändern. Schick mich dahin, wo ich umgehen bin von solchen Leuten. Aber nichts verging. Ich habe einen Brief von der Ria bekommen. Dass ich angenommen werde. Aber von der Staatsanwaltschaft gab es keine Antwort. Da habe ich mich nochmal auf die Knie gebeugt. Und habe zu Gott gesagt. Herr, wenn du mich da sehen möchtest, dann tust du und machst du, dass sie mich rauslassen. Wenn nicht, dann bleibe ich hier. Wenn es nicht so ist, dann bleibe ich hier. Und preis nach einer Woche, wo ich entlassen bin. Und слава Господу, die mir im Leben gehabt habe. Und ich habe starke Medikamente genommen. Und ich habe sie natürlich auch mit in die Reha genommen. Und natürlich, ich habe sie mit in die Reha genommen. Da ich dachte, dass ich sie vom Arzt bekomme, dass ich sie doch weiternehmen kann. Ich habe sie mir auch mit in die Reha genommen. Und ich habe das und das mit in die Reha genommen. Und die haben zu mir gesagt, nein, nein, nein. Du bist hier in der Reha. Wenn du wirklich Probleme hast, dann würde dir Gott helfen. Und ich hatte natürlich keine andere Wahl, außer die Medikamente abzugeben. Doch im Hinterkopf hatte ich immer noch. Ich dachte, diese Medikamente gebe ich ab. Aber ich habe ja die Papiere vom Arzt. Und ich gehe zum einen Arzt, zum zweiten, zum dritten. Und kriege von jedem diese Medikamente. Und ich werde ein fröhliches Leben hier haben. Und dann werde ich eine весölle Geschichte machen. Und dann an dem Tag, wo ich angenommen wurde. Und wo ich in der Reha rumgeführt. Als ich nach unten im Keller ging. Und wenn wir nach unten im Keller gingen. Hat ein Bruder doch Sport gemacht. Und da, als ich ihn gesehen habe. Und da wollte ich mir erst meinen Scherz erlauben. Ich wollte einen Schutten machen. Aber als ich seine leuchtenden Augen gesehen habe. Und die Liebe in seinen Augen. Und da, sie ausluchten mir die Liebe. Es ist mir ganz schnell vergangen, was ich sagen wollte. Und ich habe nicht vergessen, was ich sagen wollte. Aber als die Zeit verging. Und wenn es mir sehr schlecht war. Und ich konnte mich dann nicht mehr aufhalten. Und ich habe wieder angefangen, meine Medikamente einzunehmen. Und ich habe wieder angefangen, meine Medikamente einzunehmen. Das ging circa so einen Monat. Und so ging es um einen Monat. Da sind wir nach Magdeburg gefahren. Und da war ein Treffen. Und da war ein Gespräch zwischen verschiedenen Reha-Einrichtungen. Wir haben eine Gemeinschaft gehabt. Und wir haben gebeten, gefastet. Wir posten und молen. Und in einem Gebet hat mich der Herr so stark berührt. Господь versuchte mein Herz. Und ich weiß, dass es nicht von mir kam. Ich weiß, dass es nicht von mir kam. Weil ich konnte mir ein Leben ohne Medikamente, ohne Drogen einfach nicht mehr vorstellen. Потому что я не мог представить, meine жизнь без Narкотиков und без этих Medikamenten. Ich dachte, wie kann man hier nüchtern leben? Das geht nicht. Und ich dachte, wie kann man hier nüchtern leben? Das geht nicht. Doch ich habe dem Herrn Versprechen gegeben. Aber ich habe mir das Versprechen gegeben. Dass ich nie wieder Drogen nehmen werde. Dass ich diese Medikamente nie wieder nehmen werde. Dass ich diesen Medikament nie wieder nehmen werde. Und in diesem Moment ist mir schlecht geworden. Мне стало плохо. Bei mir ist Blut aus der Nase gelaufen. Und кровь пошла aus meinem Nose. Aber der Herr hat mir die Freiheit in diesem Gebet gegeben. Und in dieser молitve hat mir die Freiheit in diesem Gebet gegeben. Слава Господу! Als ich die nächsten Tage auf dem Bett lag. Und wenn ich in den nächsten Tagen auf dem Bett lag. Dachte ich, warum kommt der Entzug nicht? Und ich dachte, warum kommt der Entzug nicht? Warum kommen die Schmerzen nicht? Warum kommen die Schmerzen nicht? Und jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass er hinzukommen muss. Aber der kam nicht. Und preist den Herrn dafür. Und ich habe Frieden mit dem Herrn gefunden. Und ich habe Frieden mit dem Herrn gefunden. Ich durfte die Wassertaufe annehmen. Und ich habe eine Arbeit gefunden. Und ich habe eine Arbeit gefunden. Und der Herr segnet und gebraucht. Und Gott beseitigt und überträgt. Meine Freunde, ich dachte früher. Дорогие друзья, ich dachte früher. Dass das christliche Leben. Dass christliche жизнь sehr langweilig ist. Dass das christliche Leben sehr langweilig ist. Dass das christliche Leben sehr langweilig ist. Aber im Gegenteil. Aber es ist auf der anderen Seite. Mein Herz hat sich die ganze Zeit nach dem Frieden gesehen. Möse сердце, meine душa ist kein мир. Und erst jetzt habe ich ihn mit dem Herrn bekommen. Und ich habe ihn mit dem Herrn bekommen. Ich hab ihn mit dem Herrn bekommen. Und ich habe ihn mit dem Herrn bekommen. Amen. Amin.